Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken heute Autobahnsimulator. Gebärfreudig, go! Also ich möchte eine Polizistin sein, die auch ernst genommen wird. Ich sag mal so, eine neue Polizistin hat sich hier offiziell angemeldet. Hi. What the fuck? Alter, was ist dein Mund? Umzieh, go! Uniform, Junge. Bam! Wenn das mal keine krasse Polizistin ist. Salzhusen! Sieghausen! Landhofen! Nein, auf jeden Fall, die Städte haben sie richtig gemacht. Finde ich sehr gut. The chaos factor increase. Oh, ein Chaos factor. Oh! Also du, äh, dich, dich stört das überhaupt nicht, ne? Wow. Ich bin nur einen Meter gefahren und schon stuckt? Kann er nichts machen? Ich hab nicht mal die Kurve geschafft! Ich mein... Äh, 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 äh? Was ist das denn? So, Leute. Einen Tag später. Ja, ich hab jetzt gerade gecastet mit Johnny. Und jetzt hab ich das Grauen einfach wieder erschaffen. Alter, du bist halt... Am Limit der Existenz! Oh, der ist auch wieder casual. Wow, ich hab mich umgezogen und er ist auch automatisch umgezogen. Ja, das ist ein gutes, gutes Design. Ich hab jetzt quasi das Tutorial geskippt. Ich hab ja schon beim Autofahren versagt. Das heißt, hier kümmern wir uns jetzt gleich um übelst wichtige Fälle. Mit wem muss ich hier reden? Deal? Ja. Oh Gott. Ab ins Auto. Sehr geil. So, jetzt hoffen wir, dass es mit dem... Oh, okay, du bist auch da. So, also Bordsteinkanten sind wir tot. Okay. Deutsche Autobahn. 280 kmh. Oh, ja, jetzt, äh, Jetzt hab ich auch mal Bock, das Spiel zu zocken. Guckt euch das an. Und er fährt einfach weiter. Alter Schwede. Und der chillt hier, ne? Du findest er quasi normal, wie ich hier fahre. Oh, 0%. So, hören sie mal hier. Was tun sie denn da? Ah, Ausweis. Kann ich mit ihm reden. Seht nichts, Leute. Also, auf der Autobahn anhalten ist schon mal kein Ding. Finde ich sehr gut. Oh, what? Das überholt er mich. Das ist kräftig. Guck, wie die guckt, Alter. Die ist völlig panisch. Aber sie zwinkert halt auch. Oh, jetzt blinkt sie rechts. Jetzt wird sie rechts vorbei. Nein, 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 nein. Und, oh, 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 oh. Wie lenkst du denn, meine Hase? Bitte schau mich nicht an. Ich habe Angst vor dir. Ich meine, ich bin einfach in dem Laster drin. Der chillt sein Leben. Alarm für Cobra 11 ist hier einfach eiskalt drin. Ich muss dich halt so ein bisschen durch die Achse beobachten. Also lass mich durch. Jetzt werde ich hier von meinem Kollegen gekockt blockt, oder was? Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall die beste Variante bisher. Einfach die... Oh. Ja. Der ist stinksauer. Den bringen wir jetzt mal eigentlich auf die Autobahn. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Tempo nehmen. Der Motor ist auch erschreckend laut, ey. Oh. Er steht noch hier. Alles gut. Oh, shit. Wir ziehen es durch, Leute. Hör vor, du siehst einfach so eine Szene einfach auf der Autobahn. Einen absoluten Mutanten, der einfach nur einen Dude, der sich ständig aufregt, auf die Autobahn schiebt. Sieht gut aus. So. Jetzt bin ich gespannt. Oh! Oh, der entführt ihn! Leute! Entschuldigen Sie mal, aber Sie fordern hier einfach ein Opa gerade eiskalt durch die Gegend. Guck das mal an, Harry. Der fährt hin. Forre ihn ruhig nach Meppen, Junge. Und der... Weil, wie chillig er da langfährt. Hier. Und jetzt findest du es gut, oder was? Nur hören Sie mal. Das finden Sie jetzt also okay hier, oder was? Nein, 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 nein. Jetzt entführen Sie mal meinen Opa nicht. Der war übelang gebraucht, um ihn hinzukriegen, Junge. Gucken, was der macht. Proceed auf Korschen, Alter. Aus der Rheindeo, wir sehen uns nachher. Sehr gut. 100 ist hier, 120 ist hier erlaubt. Ist natürlich uns egal. Hier sind die Polizei, Leute. Wir fahren so schnell wir wollen. Nee. Das mit den Spiegelungen haben die auf jeden Fall drauf, muss ich sagen. Also Spiegeleffekte waren denen super wichtig. Ja, ja, ja. Alles gut. Ich will ja eine Mission machen, Leute. Da. Leute! Ich komme schon da rüber. Platz machen. Danke. Ja, ja, das klappt so. Bin halt schlau. Weil Minus mal Minus ist Plus. Oh, Alter, das ist laut. Oh, nein! Ja, die Mission habe ich verkackt. Hätte ich das gefeuert? Mal sehen, was der sagt. Hallo, Boss. Willst du mit mir sprechen? Ja, ich will dir eine besondere Aufgabe geben. Also jeder einzelne Pillar ist 50 Meter. Mal sehen, wie langsam das runtergeht. Ach. Nein. Hallo. Hallo. Also ich versuche hier gerade, niemanden anzuhalten. Stopp, Polizei. Fahrerflucht! Bitte folgen. Oh, sorry. So, was machen sie denn hier? Hä? Das finden sie jetzt wohl gut oder was? Da fahr' noch mehr drauf. Ja, mehr! Ich muss sagen, bisher ist der Autobahn-Simulator einfach nur ein überzeugendes Produkt. Was der macht, der nagelt mein Auto! Nach vorne! Geh weg! Dein Kack-Auto. Ja, jetzt ist der 11k. Sehr schön. Gut. Wir wollten ja eigentlich an unser Ziel kommen. Ja, ich denke jetzt 200 ist eine gute Geschwindigkeit für eine Ausfahrt. Oh, shit. Ja, das mit den Lichteffekten haben, die sind natürlich auch getry-hardet bis zum Abwinken. Der Asphalt, ich habe bisher noch keinen realistischeren Asphalt gesehen. So, we did it! Was ist das? Ist das die Sonne? Oder ist das ein Clou? Ah! Ab zur Tanke! Schon wieder auf die scheiß Autobahn. Ich hoffe, wieder drei Kilometer, Alter. Dass es ja in diesem Spiel fünf Milliarden Kilometer sind. Wir kommen den noch auf die Schliche. Shit. Das ist ja echt der Mitarbeiter. Wer sind sie denn? Oh, da bin ich gespannt auf die Kameraaufnahmen. Oh! Oh! Hochauflösend! Ja. Sein halbes? Ich habe gar nichts erkannt. Ich weiß leider nicht, wie das Licht angeht im Auto. Ist die Frage, ist das Case jetzt abgeschlossen? Ich meine, das wäre eine krasse Abkürzung, wenn ich jetzt wirklich hier hin müsste. Aber wenn es jetzt resetet, ist es GG. Hallo, Boss. You wanted to speak to me? Yes, I want to give you a special task. We've been having problems with the stone floor here. He seems to find an amusing to drop rocks from bridges. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin wieder lol. Tschüss.